Hallo, mein Name ist Idina Weiß und ich komme aus Kölnheim in Schwaben. Ich bin 18 Jahre alt und ich gehe nach Vazdena in Schweden. Ich freue mich schon sehr auf meinen Aufenthalt, weil ich hoffe, dass ich dort viele, viele nette Menschen kennen werde und eine tolle Zeit in einem neuen Land haben werde und vor allem die Kultur erleben werde. Und jetzt kann ich nur noch eins sagen. Schweden, ich komme! Ich bin 18 Jahre alt und ich bin 18 Jahre alt und ich bin 18 Jahre alt.